Also, ein Saftladen. Oh, das stillt mein Hunger jetzt nicht. Was? Die Idee stillt mein Hunger jetzt nicht, also ein Saftladen, weiß ich. Okay. Wo denn? Ähm... Das ist, glaube ich, hier. Also, die Rettmutter... Hä? Das iPhone, das du dir gegeben hast, kann man aufpassen nehmen. Ich finde es so. Die ist schon noch honoriert, oder? So, das ist ein Gegenlauf. So, das ist ein Problem. Ja, du mitschmeißt zum Beispiel, das sind da ganz wichtige Punkte für den Quali, ne? Ja. Unter 50, oder wie? Also, Benno hat ne gute Chance, dich zu qualifizieren für das Finale. Äh, 23. Januar. Benno ist genau auf dem 25. Platz, den Metallenspiegel, um sich gerade noch zu qualifizieren. Und ihm tut das richtig gut, wenn er wieder ein paar Punkte holt. Ist das in einem Abend, oder wie? Und wo? Äh, in der Prunoball. Ja, ja, ja. Ja, ja. 1-1. Willst du auch Micha gönnen, von Annas Welt, hier mal zu reden? Micha? Micha. Da gibt's ja. Das ist das erste Mal dabei überhaupt. Das ist gut. Achso, heute Abend. Aber du hast doch lange geführt vorhin, ne? Ja gut, ich hatte ne gute Schnee da am Anfang, ne? Wenn ich über das Rennen angefangen, das war natürlich Bank. Also, weil er ne Bank ist. Aber irgendwann ging's dann los. 3-1. Maxi. Maxi ist an Feier. Maxi dobt sich auch mit Collinong-Videos, ne? Maxi? 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 lawsuit oder ihre Intens calor. Maxi? 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 ашli? Maxi? Xcent? Maxi? Weiß ich nicht so lange oder wie дваچmal? Ja, das war heute mal echt gut. Das glaub ich dir. Du hast doch noch andere rausgehauen. Ja, genau. Ah, Maxi ist gedobt. Ich glaub ich muss Maxi rausnehmen. Maxi, gestehe. Maxi, was stimmt da nicht? Es fehlt die Cola. Hilfreich ist natürlich auch, wenn du 1.000 Euro bist, dass du da ein guter Glück wert bist. Ja, aber der Gegner gegen den du spielst ist auch gut, der hat auch jemand bei 1.000. Das heißt, du musst dann deine bessere Seite bei 1.000. Ich hab heute fast nur hinten gespielt. Fast nur hinten. Aber ich hab mich vorhin schon zu tipp gegriffen. Das hat sehr interessant, dass man manche Leute spielen unabhängig davon, ob man gewinnt. Das sagst du jetzt schon auf Hulu. Du hast doch nicht mal 10 Turniere gespielt, glaub ich, ne? Nee, 10 hab ich das nicht. Aber das merkt man schnell, das mein ich halt. Lass dich mal. Lass dich mal. Lass dich mal. Lass dich mal. Dieke ist sowieso die Heldin des Abends. Sie muss ja um 7.30 Uhr wieder ran. Naja, gut. Wenn sie letzt da schon vor einer Woche, dann muss sie ja auch ran. Irgendwie Heiligabend oder was. Lass dich dann wieder noch in die Finale. Lass dich mal ja auch schon rein. Lass dich mal wieder rein. Lass dich mal wieder rein. Ja, ja, super. Das ist super. Also, die sind ja immer noch da. Die sind super. Die sind ja ganz, dieser ganze Freundeskreis von diesen Mädels. Ja, hier und Monja, Sonja. Monja, Sonja, Eva, die schon mal dabei waren. Easy und die beiden. Ja, die sind alle. Die sind gut draußen. Ja. Mitfälle. Fünf, drei jetzt schon. Und jetzt? Das war untypisch für Maxi, untypisch. Oh, stark! A5-4 ist gar nicht mehr so viel. Das geht noch Richtung Fernsehball. Oh, Maxi, ich will sie nerven. Was möchtest du? Rot-Grün? Ja, da haben wir's geschafft! Oh, ja!